Der Souverän verkörpert das Konzept eines autonomen und selbstbestimmten Individuums. Er ist eine Person, die in der Lage ist, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, unabhängig von äußeren Einflüssen oder Meinungen anderer. Der Souverän besitzt eine innere Stärke und Klarheit, seinen eigenen Weg zu finden und seine Ziele zu verfolgen. Ein wesentlicher Bestandteil der Souveränität ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Der Souverän ist in der Lage, seine eigenen Gedanken, Emotionen und Handlungen kritisch zu betrachten und zu hinterfragen. Er ist sich seiner eigenen Stärken und Schwächen bewusst und nutzt dieses Wissen, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Der Souverän zeichnet sich durch eine hohe Selbstverantwortung aus. Er übernimmt die volle Verantwortung für sein Leben und seine Entscheidungen. Er erkennt, dass er der Hauptakteur seines eigenen Schicksals ist und dass er die Macht hat, Veränderungen herbeizuführen. Der Souverän lässt sich nicht von äußeren Umständen entmutigen, sondern nimmt die Herausforderungen an und findet Lösungen. Der Souverän besitzt die Fähigkeit zur Abgrenzung. Er erkennt seine eigenen Bedürfnisse, Werte und Grenzen und setzt diese klar und respektvoll gegenüber anderen Menschen. Er lässt sich nicht von anderen manipulieren oder beeinflussen, sondern bleibt standhaft in seinen Überzeugungen und Entscheidungen. Neben Selbstbestimmung und Autonomie schätzt der Souverän die Freiheit anderer Menschen. Er erkennt an, dass jeder Mensch das Recht hat, sein eigenes Leben zu führen und seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Der Souverän respektiert die Individualität und Vielfalt der Menschen um sich herum und fördert ein Klima des gegenseitigen Respekts und der Zusammenarbeit. Der Souverän erkennt die Notwendigkeit der friedlichen Kooperation mit seinen Mitmenschen und ist bestrebt, ein positives, zwangsfreies Umfeld zu gestalten, in dem freie Menschen miteinander leben und wachsen möchten. Egoismus ist ihm als Ausdruck von persönlicher Unsicherheit und Misstrauen in den Menschen fremd. Insgesamt ist der Souverän ein Symbol für persönliche Stärke, Selbstverantwortung, Selbstbestimmung und Respekt. Er ist eine Person, die in der Lage ist, in einer komplexen und sich ständig verändernden Welt ihren eigenen Weg zu finden und dabei ihre Integrität und Authentizität zu bewahren. Der Souverän inspiriert andere durch sein Beispiel und trägt dazu bei, eine Gesellschaft aufzubauen, die von Freiheit und Gerechtigkeit geprägt ist. ELF Untertitelung des ZDF, 2020